You keep us secret Ja! Ich dachte jetzt wieder neu. Fang an! So meine Leute, Willkommen zu Part 8 Und immer noch in diesem Scheißding, wo ich gerade gestorben bin Okay, so Hey Leute, Part 8 geht's weiter Zuletzt Part 7 sind wir nicht dahin geleben Das Team muss mal wieder gestorben, hat er nicht gewacken gekrägt Ja, wenn 3 Vollidioten um mich stehen auch Du musst einfach nur rennen, Alter, dann kriegst du die Scheiße schon irgendwie auf Äh, wir sind jetzt wieder hier, Alter, wenn wir sterben müssen wir also wieder alles neu machen Ey jetzt ernsthaft? Ja Ja, das ist jetzt mal Hammer Bist du gestorben oder musst du die Scheiße wieder hier neu, Mann? Warte, welche Nummer war das? Wir müssen das noch... 2-0-1 3-0-1 3-0-1 3-0-1 3-0-1 Ja, warte doch Oh, du rennst schon weg und ich bin nochmal hier am stehlen Ja, ich will jetzt dich Scheiße hier durch haben, ey Du bist hier ganze Zeit am stehlen, ey Ich aktiviere jetzt direkt den Hebel hier und damit hat sich die Sache Ich will jetzt einfach so schnell wie möglich hier durch Wir müssen da hinten hin, du musst rüber über das Ding einfach durchrennen und mir irgendeinen Hebel aufmachen schnell Ja, das stimmt Ja, das stimmt So, jetzt rennen So, jetzt war das Hier hin Hier hin Warum muss alles immer so kompliziert sein? Nee, aber nenn Warte kurz, ich will den Köter Ey, hier ist ein Hund, Alter Der Lesbische ist gar mit dem Köter alleine Warte, ich geh zum Hebel So, bitteschön Na, jetzt müssen wir wieder hier unten durch Und da sind aber welche Warte mal Wo ist dieser hässliche Typ, der mich direkt angegriffen hat? Guck mal, ob den siehst du Wer ist da unten drinne? Ich hab keine Brandgranate Scheiße Ah, komm, das haut mich zu lange Jetzt komm ich raus Jetzt komm ich raus Nee, der kommt da gerade Na los, Helena Hab ihn Da kommt noch einer Jetzt nicht mehr Komm, schnell, schnell, schnell im Turbogang jetzt hier durch Ja, besonders bei der unten Wir müssen hier lang Alter, du fährst direkt vor mir so einen noch aus, ich verpasst, Alter Warte, geh mal da weg Nö, warum Oh, nö Deswegen Warte kurz Jetzt Wir müssen das hier aktivieren Jetzt warte kurz, bis sie rund So Jetzt weiß ich, warte, ich muss mal kurz lokalisieren, wo ich hinrennen muss Da ist der Hebel Da hinten irgendwo rüber irgendeinen Schalter direkt anmachen Ja, aber lass mich jetzt erstmal hier ein bisschen Räumen hier erstmal auf, Aua Auch明셔서 Wer ist da? weighed ich D Achter, da oben ist einer Okay, können wir? Direkt drüber und mach direkt einen Schalter da, wenn wir irgendwas machen. Irgendein Schalter, direkt einfach rüber. Ja, Alter, aber dann kommt erstmal kommt dieses komische Monster. Oh, Kadosh! Oh, Kadosh! Ja, das kann noch was dauern bei mir, Leute. Alter, bei mir kommen wir hier ein paar, Alter, mach mal hin mir jetzt da. Wenn ich da jetzt vorbei renne, Aua. Jetzt, siehst du, jetzt geht da die Tür auf. Ja, egal, du musst jetzt irgendeinen Schalter machen. Du musst doch gucken, du hast doch irgendein Ziel. Mach mal F2. Du hast ja schon mit Säuren so beschubt. Du musst auf jeden Fall jetzt irgendwas da aufmachen. Alter, das kannst du nicht töten, das Ding. Ja, du musst irgendwie wegkommen da, schnell. Aua, das geht nicht. Timo, du mach mal F2, was du machen musst. Warte, warte, ich weiß ja was, aber ich, der rennt ja grad weg. Ja, ich krieg hier voll einen ab, du musst dich da hinne machen. Ich hab's doch schon. Ja, muss ich jetzt gucken, wo ich lang muss. Ich hab gerade keine Ahnung. Ja, ich muss hier rein. So will's aus, du muss ich hier rein. Jetzt musst du irgendwas machen. Ja, warte doch, ich muss jetzt erstmal hier vorbei rennen. Nein! Alter, das gibt es nicht. Weißt du, diese Scheiß... Aua, guck mal. Nee, wahr. Hier, mach mal. Mach. Da. 2-0-1. Hat geklappt. Dabei sind wir schon gut durchgera... Und... Hä? Jetzt warte erst, jetzt will ich erstmal diesen Scheiß-Drecksgötter töten. Scheiß auf den Hund auch, den mach ich unten kaputt auch. Ich lauf da jetzt einfach durch und aktiviere, Alter. Ich bin gerade so rotzegal. Ich will jetzt die Scheiß hier durchschauen, ey. Bist hier sechs Stunden da dran, ey. Ich bin voll. Ja, Alter, ich... Weißt du warum? Weil da dieses Scheiß-Ding ist. Ja, du musst irgendwas nur aktivieren, damit ich irgendwie noch mit rüberkomme. Ja, aber dieses Mistvieh, was da ist, das, äh, kann ich leider nicht so... Ja, geht nicht. Das springt mich ja sofort an. Ja, geht. Ja, geht. Wo ist der Hund? Er kommt jetzt um die Ecke. Hier ist keiner. Ist kein Hund. Tch. Ja, den Hund, der ist schon nix, du, oder? Ja, den Hund, der ist schon nix, du, oder? Geh jetzt rüber, den Scheiß. Geht da rüber. Guck direkt, E2, wo du hin musst, was du machen sollst. Ich weiß, was ich machen muss, aber ich komm da nicht hin. Zuerst, weil ich saß... Oh, ne, mal durchschwenden. Scheiß auf das Spiel. Oh, ne, Alter, jetzt hat mir einer da drauf geschossen. Oh, ne, Alter, jetzt kommt er her, das ist nun eine andere 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 andere. Was ist das denn? Oh, ne, Alter, das ist ja nur ein bisschen nix. Okay, jetzt geknackt. Oh, ne? Oh, ne? Oh. Oh, ne? Oh, ne? Schnell Leon, ich möchte das hier aktivieren. Danke fürs Helfen. Da oben ist er aber jetzt, wenn ich schaue. Ja, ist egal, aber lauf einfach durch. So, jetzt warte mal kurz. Das ist scherz, auf jeden Fall einfach schneller gehen, dass ich hier rüberkomme. Ja, komm. No, einfach scherz, auf das Fee. Da kommst du schon irgendwie durch. Guck nur, ob du Lebensanzahl voll hast. Ah, warte. Der lehrt das grad, Jaff. Der lehrt jetzt grad alles voll und jetzt kann ich runter. Ich kann auf den Schwunggenerator schießen, Alter. Ja, versuch mal den bei mir zu treffen. Wo? Hier, bei mir, wo ich bin. Ja. Danke. Alter. Ja. Schieß nochmal drauf, schieß nochmal drauf. Ja, ich hab hier grad was zu tun. Ich bin hier... Wo ist er denn? Bringt nichts mehr. Ja, warte, ich mach grad hier... Kung Fu. So, wo bist du jetzt? Komm, mach schnell. Ja, hab ich. Jetzt müsste der hier bei mir runtergehen, wo ich gerade stehe. Ja... Ja, jetzt komm schnell! Oh, vorne! Sammel dir da oben noch die Fähigkeitspunkte da. Ach, da ist auch noch was für mich. Sammel dir da oben noch die Fähigkeitspunkte da. Ja, endlich weg hier, ey. Oh, er sieht mal gerade aus, nicht alles durcheinander. Ja. Endlich, los jetzt! Endlich weg hier, ey. Ja, geh vor. Ja, sag der geh vor. Ja, Kontrollpunkt. Du, ja. Ja. War so klar, Alter, du Gruppe. Warum hab ich das gewusst? Ja. Ja, sag ich. Geht doch, laut mein Baby hat! Au reüss. Se 하나, sag ich mal! Oh, ich habe… U ghoan. Vier mich mal. Keiner, lieber sicher nicht! Ja, genau. Alter, was ist das? Schnell, heil mich erst. Ja, jetzt bin ich kaputt, weil da einer kam. Ja? Oh nein. Ja, was ist dann hier drauf? Ich war doch schon fast da, aber da war halt dieser eine Typ, der vor mir stand. Was ist das für ein Freak, Alter? Ich weiß nicht, das ist deine Frau. Nee, nee, Alter. Wie heiratet der Demo? Nee, nee. Ich heiratet jemand anderes. Schau mal, die sah doch hübsch aus. Nee, das sieht meine hübsch aus. Meine sehnt hübsch aus. Hübsch. Ey, das ist so gemacht, den kannst du nicht überrumpeln. Aber rumpeln auch irgendwie sau. Aber ich komm da immer raus, Junge. Lägt dein Tritt, Alter, vom Kopf, Junge. Hinter dir. Ich nehme ein Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr hat Power, Junge. Guck mal. Der ist tot, Timo. Pass auf, der steht auf, der steht auf. Der hat mich eben angesprungen. Guck. Ey, die fallen vom Dach. Oder was ist das da oben? Oh, sorry. Oh, na, wenn du vor mir stehst. Oh, na, wenn du vor mir stehst. Oh, na, wenn du vor mir stehst. Komm, wir müssen hier weg, kommt keiner hier in die Luke. Ja, Mann. Alter, und das alles unter einer Kirsche, Leute. Das ist echt krass. Alter, ich will nicht. Befehle warten. Ja, das kennen wir schon. So, warte, das sagt der Tacho? Ja, Leute. Ja, werden wir hier beenden. So, Leute, jetzt verändere den Part jetzt. Wir sehen uns in 19, dann. Genau. So, Leute. Wie ihr seht, ist es schon krass zugegangen. Meine Munition ist voll verschwunden. So, wie ihr alles seht. Ja, jetzt sehen wir uns in Part Wachtler.